Willkommen zurück bei Farquay 5. Guten Tag. Yes, wieder auf dem Weg zu dem W5-Werfen. Genau. Zu einer Baustelle von Merle. Ja. So. Warte, warte, komm, das ist das Feuer. Alter, vielleicht sieht das so. Okay. Ernsthaft, das Schild? Ach, come on. Warte schon, ne? Ja. Oh Gott. M60 regelt. Was soll er machen? Zerstören, okay. Du bist ein Fester zerstört. Ach, ey. Liss, Zeug, Eingriff. Wo ist denn noch was? Was, wenn die Gegner noch töten? Okay. Ja, ich mach' bitte Runde. So. Voila. Machst du schon, ne? Lebe ich hier so ein Schetterumfahrer. Ich glaube, das ist wo. Wo denn? Oh, 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 oh. Was ist denn da mit? Warte. War's das? Ja. Oh. Ne, ich muss noch. Ne, haben wir. Oh, okay. Gut, und jetzt? Hm. Der Todeswund gehört dir. Ein wildes Tier wie du kann dir senken, damit viel mehr schaden als ich. Du bist das von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja? Hm, 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 hm. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt zurückfahren, oder? Wer dann? Nein. Okay, schnell da vor uns. Was hast du vor uns? Das ist Klatschnixen. Wirig. Achso. Okay. Okay. Ja, was? Jetzt haben wir, glaube ich, so relativ... Wuhu! 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 Da ist Wasser. Oh. Hahaha. Gut zu wissen. Hahaha. Das heißt, du bist zu spät. Sonst... Ja, eine weitere andere Worte. Hm. Ähm. Jaaa. Machen wir jetzt. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch die restlichen Missionen, oder? Die hier offen stehen. Ähm. Das heißt, ähm... Was ist das? Falls End einmal? Am besten, wenn du eine Schnellreise nach Falls End machst. Machen wir. Reise. Guck. 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 Hm. Gut. Äh, wo ist die Mission? da hinten noch das ist der der pfarrer mit der schutzweste bei klarem buch der todesengel dann sagen wir mal hallo und wir werden weiter kämpfen es gibt neuigkeiten die ich loswerden möchte ja dann schießt man los ich brauche wieder deine hilfe da john zieht aus dem spiel ist das meine frage der zeit bis seine anhänger ins wanken geraten die leute von der watson farm haben mir von einem er ist schon offen er hat sich wieder stand im silver lake trailer park gefunden aber seitdem habe ich nichts mehr gehört niemand weiß wann der herr die last der verwundeten von meinen schultern nimmt geht zum silver lake trailer park und sie nach ob der junge mann wohl auf ist wir müssen verzeihen können sonst sind wir kein deutsch besser als die sekte ohne dich werde ich hier nicht stehen ok also denke ich ist hier nicht so gut entscheidend ne was machst du da warte bär warte bär ha 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 nicht erschießen nein raus nicht raus wie ein bär ha 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 aber was ey tot ha 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 ich lebe da ruhig gerade kurz raus warte ha ha ein bär ha 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 ich helfe dir gleich warte bis ich mich beruhigt habe ich bin ein bisschen verwirrt im kopf ich habe dich mit dem schroten und bin erst mal mit der schrott eilenstange umgenaukt junge ich habe voll auf dem boden ha ha ein bär und ich krieg ne schrotenladung ab ey ha 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 oh wie geil das war oh schön ach ach geil ähm ok ähm ja dann äh fahr mir mal du bär genau haha oh man ähm ich parkiere jetzt weiter und haben wir die äh ja ähm hm äh äh wo müssen wir jetzt überhaupt hin ähm was ist das für eine Mission ähm ähm ah hier oben alter wie lange ist das das hier warte kurz das da ja wir werden wechseln ok wie die Seiten wechseln stop da du hast die Mission achso die Seiten wechseln das sind 2000 Meter naja da gibt Gasjunge ja haben wir aber gar nicht alle bestellt ja mit guter Klimaanlage was Dosenwerf ja da da frisst grad ein Puma und sowas wow was äh was hat der Puma gemacht der hat grad irgendwie an der Tankstelle ein bisschen zu Leute angeknabbert ja äh was was wer warum was 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 Alter ja scheiße die hat mir eine Mission aber egal ist ein Stückchen joa ja die Reste haben wir schon wechseln ja 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 ich ja ja das Was ist für kackt jetzt, oder? Bist du drin? Ja. Und was? Oh ne, komm. Jetzt wollen wir den ganzen Mann. Ja. Die ganzen Kürbisbäume. Äh, Kürbisbäume, Apfelbäume. Kürbisbäume, Alter? Holy shit. Okay. Also wenn ich träumen würde, würde auf den ganzen Träumen Geld wachsen. Okay. Aber was soll ich eigentlich wieder so leisten? Weiß ich nicht. Ach, ganz ehrlich. Juhu. Alter. Alles easy. Wir sind gleich da. Ja. Ähm. Ja, ja. Ich fahr durch, ne? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich werde einfach durchfahren. Unsere Leute sind obgezingelt. Du musst eingreifen schnell. Ja. Ein Griff. Er sollte mir nicht irgendwie Frieden stiften und nicht alle umbringen? Warte ich. Wir stiften Frieden. Okay. Ähm. Krieg ist der Weg zum Frieden. Ja. Oder so und ähnlich, ne? Wo sind denn hier noch Gegner? Da läuft ein Ziel rum. Da sollen wir treffen. Hallo. Ich kann ja schreien. Lauf wieder durch. So. Hallo du. Wenn er sagt, dass er Edenskates verlassen will, müssen wir ihm helfen. Äh. Okay. Dann renn halt raus. Die Peggys wollen ihn zurückholen. Wir müssen sie aufhalten. Ich bin der Türsteher. Die sind leicht verwirrt, weil die nicht raus können. Mach auf Platz. Die Peggys sind wieder da. Die Peggys überrennen hier alles. Wir müssen diesen Kerl da rausholen. Weit. Komm da. Wir sind hoch. Aua, Aua, Aua. Ich schieße mich denn hier so hart ab? Ich bin tot gleich wieder. Ich habe keine Ahnung von wo die Schüsse kamen. Ich habe mich geheilt instant, aber danach war ich schon direkt wieder tot. Holy shit Alter, wo waren die denn überall? Manchmal sieht man die einfach nicht. Manchmal gucken nur die Köpfe raus. Ja, kann gut sein. Ich habe einen gesehen, aber den habe ich nicht bekommen gehabt. Kacke ey. Komm ich guck dir zu. Oh du bist doch da. Oh, dann heb ich auf. Ah Gott. Einer neben mir. Ich bin down. Wo ist der? Ich helfe dir. Gut, ich helfe dir. Ja, passt schon. Wow, wow, wow. Ich hol mal unseren teammate hier hoch. Ich seh die nicht. Auch der da? Die Straße, die Straße. Sie sind dort. Straße, Straße. Okay. Straße. Oh, ich muss nachher. Ach, andere Weiße. Oh, ich komme. Ich bin da. Ich bin da. Kommt der Heavy. Ich muss jetzt nachladen. Ist hier verunrüstig. Wo denn? Ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft euch in der Nähe der Anliege. Willst du mir Deckung, während ich den raus trage? Oder willst du ihn tragen? Ich gebe dir Deckung. Äh, wen tragen? Wir müssen den hier weg tragen. Ach, lol. Cool. Ja, okay. Wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht. Nicht kriegen. Let's go. Ich geh vor. Die Lieder des Widerstands sind unterwegs. Bring den Überlager zu ihnen. Ich bin noch in der Schrank mit der Lahnmasche unterwegs. Ich gucke mich hier raus. Hier, da sind welche rechts. Pass auf, nicht entdeckt werden. Ja, gut. Es ist ja so gut. Ich bin noch nicht dabei. Hör mal. Entsteig mir. Ähm, ja gut. Ähm. Oh. Äh, was? Hallo hier! Schaut ihr näher? Warum rennen die alle da runter? Muss ich kurz heilen? Echt, komm, Autofitte uns! Wir tun uns in Action. Ich glaube weiter zu unseren Helfern da unten. Ja. Echt, du machst das Auto? Ja. Kann ich mich mal schießen? Mach mal was. Jungs. Ups, war still laufend. Scheiße. Na, da oben den Typen müssen wir wiederholen. Das ist der rechte Pfad. Gut gemacht, Herr Beauty. Wir haben bewiesen, dass wir auch in die Irre geführte umarmen können. Und weitere werden folgen. Du hast jede Aufgabe gelöst, die ich dir gegeben habe. Nun wird dich der Herr führen. Wenn du das nächste Mal im Fall sein bist, suche die Kirche auf. Für ein Gebet ist die Mahlzeit. Ja. 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 Ich habe schon mal hier Versteckung geholt, ne? Ähm. Hi. Verklappt glaube ich, ne? Vielleicht bin ich durchgefahren. Nein. Ne. Ähm. Ne? So. Wie wäre es, wenn du dahin fährst? Was? Wo? Okay. Ja. Oder wollen wir eine Schnellreise irgendwie nehmen? Nein, wir fahren da jetzt hin. Oh, es ist 2000 Meter auch. Ja, ein Stückchen können wir fahren, oder? Ja, bisschen Welt zeigen. Ähm. Hallo, Bart. Ähm. Mit den Looten? Okay. Warte. Bin schon raus. Wo ist der? Boah, ich weiß noch, wo wir hier am Anfang, die ganzen, äh... Oh! Was? Boah, Alter! Ey, unser Wagen! Arschloch! Egal, Löffer davon, oder? Hast du den Bär gefunden? Ne. Okay, dann. Aber, ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir hier, äh, die Chaos-Folge am Anfang angefangen haben. Oh, ja. Hm. Hm. Ähm. Er ist auf die Erstatue zu Obus beleuchtet, oder zu der Motorhintergrad? Ähm. Keine Ahnung. Huah. War das nicht die Brücke, wo wir uns weitergefallen sind? Wo abhauen wollten? Hm. Nee. Na, ein Rückwesen. Okay. Schade-Region? Was? Ja, wir, wir fahren nur kurz durch. Okay. Warte, war der Mini-Mini-Zikel da, ne? Ja. Wollen wir die mit irgendwie? Ja. Ich hab, glaub ich, rausgeschossen. Ja. Aua, aua, aua! Wie, aua? Was? Lass mich überfahren! Hahahaha! Sorry! Aua! Ich hab' dir kurz zurückgesetzt. Ich hab' dir kurz zurückgesetzt. Sorry. Oh. Mehr machst du, ne? Ich will dich reparieren. Ich will's nicht aufmachen. Ich will's nicht aufmachen. Wollen wir dich reparieren? Wollen wir dich reparieren? Wollen wir dich reparieren? Ach, hier nochmal. Ähh. Ähm. Ich bin weggeschoben. Hahaha. Oh, ein Raketenwerfer. Ähh, ne. Brauch ich nicht. Soll ich mal fahren? Ähm, Gegner. Ja. Du hast keine Chance. Wurde ja. Schon tot. Oh. Na gut. Ich geh ins Gate zu dem Sozialzentrum. Was? Was? Sozial ist das glaub ich nicht, aber okay. Vor uns. Schießen, schießen, schießen. Ich bleib doch endlich. Maaaaaann. Wird er tot, oder? Wahrscheinlich. Der fand ich? Ah. Egal, fahr weiter. Wir fahren einfach mal weiter. Ja, wir fahren weiter. Weil in der Region wollen wir ja noch nix aufdecken. Sind wir eigentlich lang? Achso, du fährst so. Ah, okay. Okay, ich versteh ja. Join us in the plus. Wer ist das jetzt? Haha. Was für ne Wärmung, alter. Der freut mich schon mega auf das Gebiet hier. Boah, da müssen wir halt ein bisschen warten. Das ist ein Außenpfosten. Ich hoffe, die kriegen dann 70 mit. Ja, einfach weiterfahren. Dann noch ein bisschen Büffeln. Oder den Kuhn riesiger. Egal. Oh, ich hab Grafikfehler. Ähm, bis das klappt. Fahr schnell weiter. Ähm, die Driving. Okay. Wir fahren weiter. Ich schieße nicht ab. Nein. Ich will doch nix von euch. Die drehen aber. Die folgen uns. Einfach fest, ich bin noch drauf. Jetzt alle schießen. Die kommen dann für den Schorsch. So. Sollten jetzt gleich eigentlich schon wieder in Dingsregion sein. Ja, sind wir schon. Ja. Ja, ja. 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 Wir laufen uns voll vor die Flinte. Ja, das war Pech gehabt. So, jetzt geh ich mal auf die Überholspur. Achtung. Ja. Ich helfe ein bisschen drauf. Alter Rennfahrer. Ich hab keine Reifen mehr. Das ist rot und das rechts. Und links ist Dingelsen. Links war ein, äh, Dingelsen. Versteckt, ne. Ausruf ist also ein Ding. Ach egal. Egal. Boah. Ähm. Ist der nett oder ist der böse? Ist der nett. Okay. Ist ein netter Kerl ist das. Na endlich jemand, der der Wahrheit interessiert ist. Na endlich jemand, der der Wahrheit interessiert ist. Na endlich jemand, der 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 Wahrheit interessiert ist. Was macht der da, Alter? Wer ist der da? Kannst sich nicht sogar nehmen. Goll, da hast du keine Aussicht hier. Was der? Wo, wie? Oben oder was? Ja. Wie bist du? Von innen. Ah, ne, hier sucht. Ja, schon geil. Wenn ich jetzt zum Beispiel was da mache, ist das schlimm? Hm, keine Ahnung. Wollen wir mit dem reden? Also, dass ich noch mit dem Telefon, wo ich auch kriegen kann. Oh, sie hat nichts. Romisch. Egal. Huh! Ähm, äh, 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 äh. Ja. Ja. Da. Es sind immer nur die. Du weißt, wovon ich rede. Ah, noch jemand, der nach Gerechtigkeit sucht. Ja, ich weiß, wer du bist. Du und ich. Wir beide fütten die Regierung. So richtig. Na dann. Fertig gelabert. Zip, Kapka. Ich erklär's dir auf dem Weg. Komm mit. Sehr geil. Ich fahre. Oh, der fährt doch hier. Will der damit jetzt fahren? Ähm, das sind wir nur Zwursitzer, ne? Nein. Okay. Könnt ihr euch den Müllbuck ausmachen? Aua! I! Was? Fick dich? Was hast du gemacht? Geht ja was. Oh, die wird nur noch schlafen. Das hier ist Ground Zero für alle Regierungs-Arsch-Fick-Versuche. Babyfarm-Chem-Trails. Wettermanipulationen, Pestizide. Immer versäucht. Nichts verendet des Zeugs und sowas alles. Ich hab mich mal... Dein Aufgabe zu reden. Ich hab mich mal ein bisschen an dem Viehhof da oben rumgesehen. Und nie lagern an der Fässerweise dieses... Gehirn zersetzende Zeug. Du weißt, wovon ich rede. Das Bliss. Ich find's cool. Hast du noch diesen komischen Status? Und deshalb müssen... Was für Status? Die Bienen-Status. Nee. Ja, schon. Die ganze Zeit, Alter. Die ganze Zeit hier oben blinkend... Äh, grün-blinkend. Was? Weil der ist zum Beispiel... Grün-blinkend, auch Drogen-mäßig. Oh nein! Rückfahrt wird lustig. Ich sollte eher aufpassen, dass... Der Scherz kann ich nicht dafür. Das war unsere Rückfahrtgelegenheit. Ups! Da würde ich mal den Zahn zulegen, der Typ. Ey, da unten. Gib Gas! Hm. Nimm mal die Opfer. Wie ist ihr der? Ey, warum rennst du? Achso, du... Äh, hä? Why? Erst rennt doch mal ein Stück. Geil! Hahaha! Sie kommt... Ah, der... Der Brunssitz-Rinner! Ähm, kein Delta-Scheich, ne? Ja, schütten wir mal alles, ne? Ja, schütten wir mal alles, ne? Oh, ihr Platz. Kommt her, ihr Schalt-Fichter! Du warst doch... Hier ist zwar nicht, aber hey! Habt du alle erwischt? Nö! Ich stehe doch nicht! Ich stehe jetzt zurück! Zappisch! Du musst die anderen auch erledigen! Ja, ich arbeite los ran! Wuh! Okay! Cool! Fertisch! Kann man alle plündern? Hm. Dann, äh... Ich werde hier alles vermieden! Ihre Verstärkung wird in das Feuer Gottes laufen! Geil, Pliss! Jeder Dämon, der sich in die Luft gejagt! Ja! Ja! Geil! Das sollte reichen! Was, bin ich irgendwie? Decken den Typ, wenn der irgendwas macht? Ach, egal! Der Kunden hier! Zappen wir irgendwas? Ah, zu lupen noch! Das ist ne Notiz! Das ist aber ne lange Notiz! Ah, ich kann ja mal gucken und draufklicken und nicht erschließen! Da! Notiz! So! Der schiebt's auf dem Dach, glaub ich, oder? Tja... Notiz! 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 Cool! Oh, die Granate sind nicht weit genug geschmissen worden! Scheiße! Oh nein! Was, Boote? Ja! Mist! Was? So, was los? Chef! Mach nichts mehr! Hallo! Ah! Da hat er gefallen! Da ist die Position! Hier oben ist ein Tresor! Aber ich soll doch kommen! Oh, scheiße! Warte ich kann mal! Nee! Okay! Musst du nicht! Kommst du auch von hier rein! Zu spät! Das ist nicht mein Tresor! Das ist nur ne... Kiste! Wieso auch so wie ein Tresor! Ja, Kiste ist auch okay, wenn ich auch langen dürfte! Warte! Ähm! Problem! Der Vergleich ist verpackt hier! Oh, wie gut! Ah, Mann ey! Aber der Typ ist verpackt, oder? Hm! Weiß ich nicht! Haha! Der Hohle hat immer die Witzelte! Könnt' mich echt mal... Also ich hätte ne Idee, wir wären ganz schön... Warte mal! Der... Lass den mal runterrutschen! Ich geh auch drauf schicken, ich will es nicht! Nein, nein, nein! Ich trete mich auch nicht! Ich trete mich auch nicht! Und jetzt? Der muss runter vom Dach? Ja, ich will runtertreten! Ja, ich will runtertreten! Ähm! Komm, rutsch runter! Der wird immer nicht sterben! Ja, wohl, aber! Das ist unten! Oh, so fast! Ich bin verletzt! Warte mal! Ich lebe den auf! Ja! Irgendwie geht das nicht! Das tut weh! Da hängt der wahrscheinlich so scheiße! Der hat's kaputt gemacht! Ich hab' ne Idee! Der kann nicht... Der kann doch nicht sterben, oder? Aber das Missionsgeber ist! Oder kann der sterben? Ich hab' schon hinten reingeschossen! Ich bin verletzt! Grüß Gott! Ernsthaft! Kriegt gar nichts! Ich dachte, weißt, dass er jetzt hier wegfliegt! Der rutscht aber auch nicht runter, ne? Also irgendwie? Ne! Ja! Ähm! Ja! Du bist hier echt gut, ne? Soll ich? Neuladen? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich weiß jetzt gar nichts! Der Rest ist! Hab' ne Idee! Oh! Keine Wunschung mehr! Schade! Warte mal! Äh! Was mache ich denn gerade? Ich kann mal ein Auto holen! Dagegen kommt, ich dreht das was! Mal versuchen, ob ich denn von hier unten irgendwie treten kann! Aber nicht so gut! Kriegt das auch nichts? Warte mal! Warte mal! Wenn du das Auto... Dann wiederbeleben! Geht das? Äh... So, jetzt geht's, jetzt! Ne! Hä? Ne! Erst 4 Uhr durch? Gar nichts, ne? Ja, ja! Das ist schon... Oh nein! Oh nein! Ich hab sabotiert auch, du scheiße! Ich wollte eigentlich wiederbeleben drücken! Äh, ja! Die Folge ist jetzt eh um! Ähm! Darum kümmern wir uns! In der nächsten Folge! Ah, jetzt! Mit Verletz! Ja, warte mal kurz! Das ist... Ich glaube jetzt... Da brennt da einiges! Geht's? Hm? Ne! Ne! Ne, wir verneutern! Verwatsch! Na gut Leute! Nächste Folge dann nochmal! Yay! Äh... Beziehungsweise dann an der Stelle, wo wir aufgeholt haben! Mit mir! Ähm... Und jo! Dann dankeschön, bis zu sehen! Und schluss bis zur nächsten Folge von Far Cry 5! Ciao, ciao! Vielen Dank.